Reitersprach So, als nächstes haben wir den Musikbereich Reitersprach mit dem Vorstand Martin Heidling für die Grenz-Ditan-Gipfel. Auf die Brücke ist Elbe und Super! So, und gleich hinterher natürlich die Äpfelschüttler aus Weilersbach mit dem ersten Vorstand Marion Bauer. Auf die ein dreibachkräftiges Äpfelschüttler! Schüttler! 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 Die Figur des Äpfelschüttlers geht zurück auf den Bauer der und die Schüttler aus Hamburg seine Äpfelbäume mit dem Haken schüttelt und die Äpfel dann aufliest. Und genau das machen sie hier auch, die verteilen am Umzug immer ihre Äpfel. Also wenn ihr jetzt nochmal schön ruft, dann kleckt auch ein Äpfel! 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 So dann wir auch!